. Hey, komm lass mal das. Ich würde jetzt keine Kise kommen gehen. Zwar müssen die den Arsch. Versch hat man es nie lieber ausgeschaltet. Ah, egal. Ich glaube, ein Hund hat uns entdeckt. Entschuldigung. So, was ist mit der Luftunterstützung? Eine mit Luftboden-Raketen-bestückte Drohne ist auf dem Weg zu Ihnen. Roger. Dieser Kamm ist perfekt. Roge, übernehmen Sie die Predator-Drohne. Ja! Oh, Predator! Yay! Was ist gerade passiert? Da ist eine mobile Raketenstellung im Dorf. Sie hat unsere Predator abgeschossen. Nein. So, wir brauchen noch eine Predator. Los geht's, Roach! Yeah! Schwupps! Ne Waffe? Ne, mal diese hier. Oh, scheiße! Leck? Hallo? Äh, das war ein Gießen-Deck. Wo? Ja, genau. Oh, keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Aber die müssen los. Und dann muss ziemlich viel Aufmerksamkeit erregen. Oh, kann er denn ... So ... Was hat er? Ah, da. Oh, wir haben ja eine Predator. Gar nicht gesehen. Dreierkirch. Ja? Oh. Ah. Wir haben noch steaktiviert. Wenigstens habe ich einen Fünfer gemacht. Alter, wie die die ganze Zeit hier liegen. Guckt's euch an. Uh, Rocky the online. Woah, leck. Scheiße. Fail. Egal. Mehr als fünf Treffer. Gut gemacht. Gut gemacht. Kupfen. Unto der Weg. Better. Die. Ja. Ja. Ähm, kommt ihr? ohne akk er ist lecken wissen ich habe nur elf erst okay er wollte das doch so ja jetzt gibt es meine schuldner wenn man schuld vielen sie mir was mache ich das nahe wenn ich wieder schuld die leute an ein das erstellen das war neuzer des spiels an bisschen verborgen das Flugzeug ausschalten Alter! Mann! What the fuck? Splitter Flugzeug! Ich? Hab gar nicht geschossen Ja, ich muss jetzt nochmal nen Heli zerstören Mann, ich muss es versuchen Komm Oh ne, nicht nochmal das ganze Oh, toll Voll in den Hain Bam Es leckt so schön Du 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 So aber die Rakete werden Nooo Was? Ne Oh ich hab's auch nicht, ich hab schon gedacht Ne Ich hab den gar nicht zerstört das ist immer noch starr Jee Dorf Schuss und die Scheiß-Rakete da steht die Scheiß-Hilie zerstört jetzt muss aber da und sein